Ich habe sieben Stunden im Wasser gestanden. Wie hoch war das Wasser hier? Bis hierhin ging das Meer. Das war wohl Rettung in letzter Minute. Guten Abend zur Report live aus Mainz. Bald drei Monate liegt sie nun zurück. Die Flutkatastrophe im Ahrtal. Doch die alte Dame ist noch immer schwer mitgenommen. Danke nach Hamburg. Report Mainz und mir können Sie auf Twitter folgen. Oder auch im Netz sind wir für Sie da, wenn es funktioniert. Und am Donnerstag Monitor nicht verpassen. Tschüss, bis bald.